Hallo Leute, und weiter geht's mit dem Finalkampf im Gleichgewicht der Männer in der roten Ecke vom Boxstrim-Tracker für den TV-Alzai Jakob Suda und er trifft auf Ali Hassani von der TG 75 Darmstadt. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal. Euer Team, Partner der Vereine. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen nach oben. Jaaa! 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 Jakby go! Jaaa! Myrze, czekajs mysze, obaj! Schau! Jaaa! 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 Los akko! Los akko! Niee! Nie! Los akko! Jamproos! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.